Ja, wir befinden uns hier in der historischen Altstadt von Napa, dort wo die guten Weine aus dem Napa Valley kommen. Das Napa Valley ist wirklich ganz schön sogar, ganz viele Reben, grünes Gras, was in Kalifornien relativ selten ist. Und die Altstadt ist wirklich historisch. Ich vermute mal, dass die meisten Gebäude schon älter als 20 Jahre sind. Ne, nicht die meisten, einige sind älter als 20 Jahre. Ja, und das ist hier so die Straße und eben, wann wir lecker essen, da gab es Bratwurst mit Kartoffelpüree und Zwiebeln. Hat sogar erstaunlicherweise geschmeckt. Ja, und jetzt gehen wir erstmal irgendwo um die Ecke ein Espresso trinken, der Kollege und ich. Also, bis zum nächsten Mal.